Ich werde zuerst mal wieder eine richtige Ködergranate geworfen. Ja, die hat das Spiel immer entschieden. Ja. Ich meine jetzt nämlich so... Oh! Von da drin. Ich muss freiladen. Teamkill. Ja, und ich habe schon gedacht, scheisse, in der Wim ist er gestorben. WTF? Aber der Hedgehard, den du ihm jetzt gegeben hast, habe ich genau auf seinen Schädel geschossen. Denkt ihr mich nicht? Ja, da musst du dir über den Sheriff. Pistol round ist noch nie meine Stärke. Jede Runde ist unsere Stärke. Nein, aber Pistol round. Ich weiß nicht. Mit CS2 tue ich immer über... ...Bomb liegt. Okay, die haben gar nichts gekauft. Der hat jetzt Lock kick. Magst du einen Boost machen? Ja, ich wollte gerade zeigen. Das heißt, dass wir jetzt einen Boost machen, weil dann haben sie gute Waffe. Die hauen nur schnell an den Burn runter. Komm auf den Short, komm auf den Short, komm auf den Short, komm auf den Short. Ich glaube da gut jemanden Short können. Da ist der Woodenhausen. Ah, ich hab's verkackt. Ah, ne, ist das Klasse bei dir? Ja. Ich wollte dir zeigen, ich weiss noch nicht, ob die schon durch sind. Okay, der hat den Tick-Meint. Okay, Manns, da ist nix, der muss schwarz sein. Da ist meine Smoke noch. Ja, muss schwarz sein. Oh nein. Boah, er hat meinen Headshot gegeben. Nein, fuck, ich hab einen Monat gegeben, aber viel hat er nicht mehr. 16 Sekunden, du könntest dich auch verstecken. Ah, fuck, der ist wirklich rundum geraced. Manchmal hört man es einfach gar nicht in dem Game. Und manchmal schon. Weil der ist jetzt da durch das Wasser durchgerannt hinter. Das kann ich nicht. Ja, oder er ist ziemlich schnell durchgesnakt. Halt. Naja, ich hab den auch nicht gegamed, also eigentlich. Ich hätte das dritte Spiel noch in 0 gewinnen können. Ja. Ja. Mamamie, ey. Boah, fuck. Er ist ein Monster. Aber ist der wieder zurück oder so? Ja, der ist zurück. Ja. 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 So. Ich hab den gegessen. Ich hab den gegessen. Ich hab den gegessen. Die AK gehört mir. Schade. Schade. Ich hab den gegessen. Ja, ich hab den. Schade. 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 Wir können uns ein Ding wegziehen. Er ist schon geclosst da. Der eine muss schon ziehen. 13 HP. Oh, da liegt wieder AK. Ah, schade. Ich wollte sie doch gar nicht. Ja, genau in dem Moment, in dem du jetzt weggehangen bist, ist er gekommen. Ja, aber der eine hat lange Smoke gekehrt, dass er durchrennen kann. Ja, ich weiß schon, der kann uns in einem Niedersprayen. Gehen. Monster ist klar, der wird bei dir sein. Hast du den Banger geworfen? Ja. Er packt, nein, er ist Monster. Aber er hat schon ein paar Heats genommen. Der ist schon links durch. Der ist schon links. Aha, ich weiß selber was jetzt tut. Das ist gut jetzt. Das wäre ja Schande, wenn jetzt jemand blockieren würde, oder? oh der ist schon da wie schnell der fuck ja ich habe ein kleines blut gelaufen ihr beide nicht gehen ihr beide drauf jetzt sind sie aber übertrieben kannst du mir irgendwas legen? ein p90 oder so? ich kann aber m4 gehen wenn du willst ah nein p90 habe ich gar nicht, der dünner, sorry ich bin immer irgendwie anders das ist eine Auswahl ja gut ich nehme mir ein mag 7 ein mag 7 attack 9, ein scout ich glaube da ist schon einer durch oder? ah nein es warst du gerade am reload oh ja es stimmt ja meine habe jetzt ja mhm ich glaube ich warte jetzt einfach so kackfrei bis sie auf den spot kommen 2x7 sind im weg ok sie haben parry zwar ma du musst mir helfen doch hol doch auf den off short die hat die AWP boah boah ha 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 der ratzige strafe er hat aber sie dann auf die USB geschaut weißt weißt ist das heute what a fake flash geh mal Monster durch ich rolle eine fake flash durch ich habe irgendwie das Gefühl Pistol round in 2 gegen 2 läuft viel besser wie Pistol round in 5 gegen 5 ja es ist halt auch eine kleine koordiniert ja na weil wir ihn mit Wixen treffen man habe ich schon das Gefühl warte lassen wir rückwärts durchgehen also so du gehst ok einer ist auf deiner Box wo du heute mal umgegammelt bist der eine ist oben ok der eine war aber du der eine ist jetzt schön und der eine ist ich plane achso du musst spielen ich leg ich leg gib mir das Aim-Duell mit mir jetzt mit der mit der Nova weißt call me Mr. Nova Nova Mr. Nova Nova Mr. Nova Nova Mr. Nova Nova nein er ist schon auf der Box dort oben mit einer MP ja aber der ist dein Opfer voll ja ja aber ich bin normal so dahinter gestanden dass man ein Hack glitschen kann das ist ja dumm so wo ist jetzt der andere? ja links du hast schon sogar Steppen gehört echt? ich glaube schon ich glaube schon jetzt aber Upbrink komm ich will ich will er hat einfach einen einen Score von neun von neun ja oh no auf und wo